Sie wollen uns also wirklich verlassen, Sophie Hoffmann. Ich bin kein Feigling, Herr General. Aber was soll ich hier noch tun? Vor zehn Minuten ist die letzte militärische Funkverbindung abgehösten. Wir haben keinerlei Kontakt mehr zur Außenwelt. Meine militärische Funktion ist damit beendet. Bitte geben Sie mich frei, Herr General. Es ist mit Rittmaster Bolt. Er möchte sich mir anschließen. Wir würden versuchen, unsere Armee wenkdurch zu schlagen. Ich will das nicht allein entscheiden.